Warte direkt! Verwündete Drohne in der Luft! Stöbern wir sie auf! Wie schon habe ich zwei gehabt. Einer ist gefinischt. Zweiter. Ich habe aufgegeben. Seid ihr auf dem Dach schon oder wo? Feinde landen im Einsatzgebiet! Oh mein Gott! Rüstete Ausrüstungslieferung unterwegs! Was? Er hat mich so heftig gelasert. Ich habe die Drohne einsetzt! Wo hinten ist einer gelandet? Jemand soll die Drohne einsetzen, Jungs. Ja, kann ich. Ja, ich drehe einsetzen. Irgendwie sind noch andere Loadouts für sie geholt. Was? Wo hast du zu drücken, Mann? Am Dach sind sie. Oh, ich bin lieb! 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 Ich bin lieb機會! Hier ohne hier Fragen nachuela! Wie? Wie ist er denn? comenz? Verfolge mobiles Ziel! prendsau mir dein Gesicht! Ich bin auf dem Dach. Ja, ich bin auch auf dem Dach. Hingen wir, hingen wir, hingen wir, hingen wir! Jungs, hingen wir, hingen wir! Ich komme ein, ich komme ein, ich komme ein! Hat jemand noch eine Drohne? Was ist jetzt das Dach? Oh mein Gott, ich habe mich überstehlen gefangen! Ich hatte einen, der letzte, glaube ich, hier oben. Hier ist noch jemand. Da können die Pingen da, die bei ihnen finden. Die Jungs sind hier auf dem Dach. Ja, den habe ich gehabt, auch ich. Gefistet hat... Ah, er muss für andere sein. Bei der Kontrolle geht es zu Himmel. Ich habe fett so viele Leute. Da landet einer im Lichtturm. Auftrag akzeptiert! Ja, der ist unten rein. Jetzt noch eine Maske und ein Ding. Dumm ist einer, fast gut. Da war gerade einer, 13 Meter. Ah, der ist auch geflogen. Was? Gib ihm schnell dein Scout. Nein, ich kann ihn nicht vermischen. Nice. Oh! Ja, okay. Das habe ich selbst gegeben gehabt. Controller. Wo ist er denn? Da kann ich ja anfangen. Ich habe noch mal Angst gehabt, dass ich den Ding schicke. Ich habe noch einen anderen Winkel. Ich denke, ich kann ihn nicht erwischt. Ich habe noch einen anderen Winkel. Ich denke, ich habe ihn schon erwischt. Ich habe noch einen Winkel. Ich habe noch einen Winkel. Das soll ich sagen. Das Gas breitet sich aus. Sicherheitszone wird eigentlich nicht mehr. Der Kontrolle snipe immer noch eine Jungen. Jungen, der neugiert irgendwo irgendwo. Der Kontrolle snipe. Die Preise der Vorratsstationen wurden angepasst. Das wäre Schlussverkauf. Er hat unten einen knockt, aber den holt sich halt selber. Sniper auf Kontroll. Oh, macht sich Sniper! Er ist rein gegangen. Ich habe noch ein wenig vertrieben. Ich habe Security sniped hier. Marco holen oder irgendetwas an der Drohne holen. Alle sind dort schon. Wirklich, ich habe es hingelegt. Im Shop liegt Geld. Nooo! Spannend. In der Bogenmitte. Oder was hast du denn da? Kannst du den 1-17-Junior oder wer auch immer, was er gekauft hat? S. Da unten geht es ja richtig an. Ich glaube, ich warte noch ein bisschen runter zu pushen. Die sollen uns auch noch gegenseitig kennen. Wir sind bei Corvo. Das sehe ich auf dem Dach gegenüber dem Fenster unten. Ah, da ist einer. Verfolge mobiles Ziel! Verfolge mobiles Ziel! Verfolge mobiles Ziel! Verbündete Drohne in der Luft! Feindlicher Soldaten in der Luft! Im Leuchtturm oben. Im Leuchtturm oben. Ganz alt oben drauf! Da ist einer! Ja! Jetzt sind wir wirklich ganz! Das ist der Muttersohn. Und einer runter! Ja! Einen habe ich Kälber drinnen, Dario. Schön, Marco! Wichtig! Wichtig! Der Deck hat er hier! Ich bin noch mehr, ich bin noch mehr, ich bin noch mehr! Nur einer, Lab! Es lebt nur noch einer! Cool! Der ist runtergegangen! Boom! Irgendwo da! Der Pinger! Da ist immer so relativ schön! Ja! Ja, ich weiss! Ich weiss aber auch nicht wo genau! Aber er ist voll irgendwo da hinten gezickert! Junior könnte Drohne holen! Ja! Aber da existiert echt gar nicht! Da ist er entlangend! Woher die Aktivität ist! Ich setze sie gleich rein! Oha! Ja, die sind doch aufgehangen! Ganzer Teamlap wieder! Die müssen jetzt zu uns kommen jetzt! Ja! Wir können alle aus dem Himmel irgendwie! So ist einer! Über uns! Der hat er, oder? Nein, noch nicht! Immer noch nicht! Ah, noch! Ah, f**k! Ah, f**k! Irgendjemand nicht mit dem Gefechtsbogen schießt! Nein, er ist One-Shot! You're so bad, dude! You're so bad! Ich habe die Snipe! Ja, die Snipe! Gefechtsbogen! Oh, sie müssen sie jetzt runterkommen! Ja! Was ist das? Was ist das jetzt wieder? Scheiss! Versuchen! Bogen, glaube ich! Nein, Bogen! Wow, 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 wow! Teil! Komm, zeig dich! Einen habe ich genockt! Die Säcke hier! Ich baue einen! Einer kommt hin! Einer kommt hier für Marco! Einer ist hier! Schöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ich habe eine gute Statement, die wir tun können. Ja, eine gute Statement. Gut, die Calls, gut, die Calls. Okay, danke. Hm. Ups. Eieieiei. Hm, hm, hm. Oh, jetzt kriege ich es mir wieder immer raus, Mann. Geht's nicht. Hallo. Hallo, hallo. Den, 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 den. Da, 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 Mann. Hallo. Komm zurück. Ehh. 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 Oh, der Scherf. Aber jetzt hängt es mir ein Level 1 an. Oh, Level 1. Bin ich bei dir auch Level 1? Ja, du bist auch Level 1. Schnau kommt, Glösch. Eieieiei. Ja komm, Level 700 hast du ja schnell wieder. Ja, ein Tag so. Und ja, ich kriege das auch nicht zu helfen. Ja, jetzt komm, Shaka. Hier kommen wir nicht hin. Ja. Ja, ein Tag. Entfernung. mal das Kapi. Ne, ja. Sooo... Feinde landen im Einsatzgebiet. Nutzt die Zeit um ein bisschen zu üben. Der Einsatz beginnt bald. Autsch! Boah! Check! Mhm. Das Training ist vorbei. Ah, fuck! Ja, das ist schwer. Das ist schwer. Ja, das ist schwer. Das Training ist vorbei. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Mh, hm. Battle Royale! Markiere einen Einstiegspunkt für dein Team! Du flüffst sie an! Kars nähert sich in deiner Position! Ab in die Sicherheitszone! Los! Da kommt niemand. Fahne an der Sieg! Oh, der Bumdruck drauf! Oh, Hattie! Geh nicht sofort! Noch mal Hattie! Ja, wegen deiner Kupfer! Äh... Mh, das ist schon unser Cash. Das ist schon Junior. Ja, bei der legst du noch nicht. Ich weiß nicht, wie ich noch mal machen kann. Gib mir den Manni von der Kasse! Gib mir den Manni, alte Fähigkeiten von der Kasse! Jetzt habe ich ein Kampf mit Geld oben. Please, don't get me! Hey, wo geht denn? Der verdammte Auftrag her, Mann. Können wir auch noch eine Munibox kaufen? Ja, muss denn. Dann ist der Auftrag fertig. Dann kommt mein Junge. Marco! Pusche mit dir! Ja, das Ding ist halt ja nur ein Schiss. Ja, du hast es lange. Ein neues Zielobjekt wurde identifiziert. Komm mal, komm mal, komm mal, komm mal. Feind, die Methone ist aktiv. Primärziel abgeschlossen. Alle Vorratspisten lokalisiert. Alles klar. Dann haben wir das Kopfgeldziel ausgeschaltet. Woh! Jetzt können wir von dort sein. Schön. Das Dach ist auch drin. Ich probiere nicht zu crash. Nein, es hat Kaltine. Blaster auf dem Dach. Blaster auf dem Dach. So ein Scream-Skill ist dann in der Sekte gesunken. Einer landet auf dem... Nein, nicht auf dem Dach. Der Fall sprengt über dem Gebiet ab. Auf dem Dach. Der Hörst du bei mir? Ich habe ihn. Der Oberschein ist hinten bei mir. Nein, hinten bei mir! Hinten bei mir! Wir haben doch ein ganzes Team. Das hat niemand gesehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe ihn fast unterbauen. Nein, geritten! Nein, geritten! Nein, wir sind hier. Nein, hier sind wir. Man, load. Wir sind immer noch dahin. Rechts in der Ecke, Marco. Rechts in der Ecke. Ja. Der Dach ist während ein... Rechts in der Ecke? Ja, links auch noch. Ja, zwei. Der Links auch noch. Der Links war noch zu. So lange geht der... Oh, ich bin glücklich. Ich bin jetzt abgesackt von hinten. Juhu! Das los ich da, ich habe ihn jemals noch nicht genommen. Da ist mein Cluster drin. Angst. Da muss ich noch achtmal holen. Wer hältst eine Ausrüstungslieferung? Hm. Ich sehe sie total am Campen. Einer ist auf dem Dach gelandet. Von oben vom Feind steht. Das Gas weitet sich aus. Sicherheitszone alle. Er kommt wieder raus. Wieder ein Shieldbreak. Geiler Schildbreaker. Sie sind so gecampt. Es ist unglaublich, wie sie am Campen sind. Werfe Betäubungsgranate! Ich muss direkt abwarten, bis sie in die Zone müssen. Feindliche Drohne ist angst. Auftrag bestellt. Anlegerarbeit. Das ist ein Südrober. Das ist ein Südrober. Mhm. Da ist er. Yow, yow, yow. Einer auf dem Dach. Kämpft Metalltreppen noch. Boa, pass auf, pass auf. Pass auf, pass auf. Ehrlich, ich gehe über und warte ab, bis sie kommen. Ich glaube, sie kommen nach oben, Marco. Du bist ein Mistgebot. Ganz ehrlich. Es ist immer noch da. Wo? Immer noch bei Deacon? Äh, bei Bio. Ja, bei Deacon. Ja, bei Deacon hat mich gesnipet. Er ist auf unserem Loadout eigentlich. Auftrag gescheitert. Feuer einstellen. Dort, wo der neue Loadout gelandet ist. Feindliche Drohne ist aktiv. Ah, das ist ziemlich weit davon. Was machen die von Bio sind? Die sind schon weiter, oder? Sie sind immer noch im Camp. Ich bin immer noch unten. Ah nein, er ist oben in. Genockt. Links, links, links. Er ist oben hochgelaufen. Äh, auf der Metalltreppe. Einer genockt. Es sollte eigentlich zwei gemacht sein. Hast du wieder einen runtergelassen? Wieder Scheiße? Nein, Mann! Jetzt habe ich keine Immunie mehr für das Neue. Ich habe schon. Ich habe zwei. Ich habe zwei. Ja, ich verstehe. Der hat mich leider nicht mehr mit. Scheiße! Ich kann wahrscheinlich keinen auftun. Spätergranate in die Fresse! Was ist mit der Scheitentrone? Nur noch 25 übrig. Sniper, Mann, Mann. Sie sind immer noch dort. Marco, das ist keine gute Position, die du dort hast. Ich muss nur sagen. Feindlicher Soldat hinterher. Einer landet hier. Einer landet hier. Die Rei... Au, ich warte mir so wieder. Eine Kau. Ja, warum Scheiße? Oh nein, jetzt um die Zone. Drei Kau. Gar nicht. Finischt. Einer ist schon rechts und habe eingekommen. Einer ist schon hier. Was? Gar nicht. Einer. Einer. Der ist oben beim Heli. Ja. Das Gas breitet sich aus. Sicherheitszone wird verlegt. Einer ist oben. Vorratskiste gefunden. Sofort sicher. Schussverkauf aktiv. Preise der Vorratsstationen wurden angepasst. Wo? Im Heli oben. Schnapp. Uah. Ja, nicht. Nein, Mann. Einfach nicht auf die Distanz, Mann. Das ist ein Styper, Muni. Ähm. Spittergranate in die Fresse. Nein. Ah, Mann. Der ist in der Vorhinein. Ah, Spro. Einer ist fast, Mann. Der hat sich ein Engel. Komm, ich komme hier rechts runter. Er ist immer noch dort. Er ist immer noch dort. Er ist immer noch dort. Das Problem ist, ich habe keine Munition. Ja, der Municher ist von unten unten. Kannst du runterkommen? Geil. Ah, das habe ich raus. Nein, weisst du, ich bringe es auf und so noch runter. Wo? Ja. 2,30 Meter. 2,30 Meter. 2,30 Meter. Immer noch fliegen runter. Oh, vor. Beim Ding wegflasieren. Sie warten, dass sie auf die Zweite. Sie sind auf die Zweite oder so. 23 Meter. Sie sind gerade da, Fleurl. Man kann springen, wo sie ungefähr sind. Ah, ich habe gesehen. Ja, gerade da. Dort. Da ist er wegflaschen. Oh mein Gott. Hey, Matlan. Alles mögliche. Alles mögliche. Er ist von one shot. Ja, es sind drei dort. Mann. Er ist von one shot. Das habe ich nicht geklappt. Ich kriege die Gegner hier, bitte. So schlecht. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Ich glaube, ich lande noch schnell beim Loot. Ich lande noch schnell beim Loot. Ich lande noch schnell Waffen auf. Und dann eine Exekretion. Es hat eigentlich länger. Ich bin ein... Ich bin wegflaschen. Er will keine. Ah, du kommst gar nicht mehr? Jetzt müssen wir nur durch, knappe. Kommenst du noch? Alles klar. Ich? Ja. Ja, 15 Sekunden. Ah ok, ich bin mit 16 oder 4000. Ich lande, glaube ich, noch schnell beim Loot umgestorben sind. Oder? Also da waren ja vorher bei unserer Lootbox vier Leute. Dort haben sie uns komplett gedeckt. Schauen wir mal aus der Luft, ob ich die Sicherung sehe. Ich bin sicher genau eingegangen. Ja. Das Gas kommt! Leck. Scheiss leck, Mann. Ja, das ist die Zeit, so. Das ist der Scheiße. Vorrück! Super! Achtung, brezzi, brezzi. Nein! Das haben wir nicht angezeigt. Oh, ich habe überlebt. Moment mal. Alle Seiten wieder. Von wo? Von vorne. Von vorne. Von vorne. Von vorne. Von vorne. Von vorne. Kommst du runter, Beckel? Oh! For the control! Oh! Oh! Ich bin da. Oh, der Scheiße. Weiss, ich bin da. Das ist gerade. Das Gas breitet sich aus. Ah! Jetzt hätten wir immer müssen sehen, Mann. Wir haben von vorne mit jede Runde geführt. Der Sieg war in Reichweite. Wir gehen direkt raus. Wir haben verloren. Aber beim nächsten Mal kehren wir stärker zurück. Wir gehen durch. Tü, 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 tü. Weg! Mann, Mann, Mann. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. prêt mal raus, was er verbracht hat. Wir brechen bald auf. Der Fein spreng über dem Gebiet ab. Auf dem Himmel achten. Mann, Mann. Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Der Feind steckt über den Weg ab. Auf den Himmel ab. Das Training ist vorbei. Mal sehen, was ihr gelernt habt. Wir machen insgesamt 27 Kills. Wie soll ich der Läu in O? Ich bin unterwegs. Ich hab's nicht gesehen. Wir haben einen Battle Royale Markiere einen Einstiegspunkt für dein Team. Tuchflüssig an Karamba, karamba Stoße zur Sicherheit Zu oder vor Jage die Feinde, bevor sie dich jagen Kopfgeld ziehen Jetzt hör ich schon abgeladen Feindliche Drohne ist aktiv! Feindliche Drohne ist aktiv! Hochschul Hochschul Guck 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 Ja. Langsamer, Lodi. Knapp. Langsamer, knapp. Knapp. So muss das. Ich glaube, es läuft schon im Feld. Runter. Feindlich, denn Rode ist okay. Knapp. Zur Planzeit. Puschen wir gerade. Feindliche Drohne ist aktiv. Wir sind fertig. Oh ja. Ah, die sind schon im Fight. Fighten schon. Floppt. Okay. Nach 24 aktive Feinde. Tötet sie alle. Das Kopfgeldziel ist ausgeschaltet. Wundervoll. Ich bin mit dem anderen Team am Fighten. Unter sind sie immer noch im Shop auf der Plattform. Feindliche Drohne ist aktiv. Ah, einer geht da laut. Ich muss Donner. Ich habe noch gefinischt. Nicht. Weiss. Endlich sollen wir noch da unten sein. Oh, bei mir. Oh, bei mir. Oh, von in der Rücken, Mann. Von mir in der Rücken hat eigentlich schon was. Im Fenster greener kann. Holy. Der. Trophiesystem eingesetzt. Sie sind Deutsche. Bei mir hat es keiner rufen. Er ist schon rausgekommt. Sie sind da. Nein, der Scheiss. Klasse, Mann. So ein random Plaster. Ja, ist einer. Ah, ist einer. Ich weiß nicht. So ein Titan Charakter da ganz vorne beim roten Ping. Mit dem Orange jetzt. Nein, der hat vor mein Signal. Oh, von hinten! Oh, bei mir hingen, Jungs. Wie? Nein. Ohne sie nicht. Ich habe vor mit eurer Hütte. Perfekt. Wir haben schon alles geflüstert. Und jetzt bei mir. Bei mir. Bei mir. Bei mir. Feindliche Drohne ist aktiv. Ausrüstungslieferung ist unterwegs. Der Feind spricht über dem Gebiet ab. Feindliche Drohne ist aktiv. Der Präzisionsluftstart. Aufwand. Kontakt. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheit. Nein Mann! Oh, so. Noch einen. Was ist denn? Hast du den? Ja, einen habe ich. Oh, schön. Aber es ist noch einer. Es hat noch einer, haben wir gedacht. Oh bitte! Oh nein, ich will den Soldat! Er ist bei mir vor. Er hätte keinen Weg. Nein, der Hunde! Ist der Letzte, glaube ich? Nein, warte! Marco, du musst überleben. Oh, jetzt. Aber es ist eine andere. Ernsthaft, Kollege? Wie ist das für eine? Es gibt heute hier gerne, wir probieren. Das sind noch mal... ...vure viele Teams, Mann. Ich hätte einfach kleine Mäcke gegeben. Uh, wilden Snipe! Ich glaube, wir landen bei Chemical, und gehen da unten rein, dort beim Shop. Das hat jetzt sehr viele Leute gehabt. Waffen auch, dann... Let's, let's! Marco, würdest du jetzt noch etwas anderes ziehen? Nein, spät. Wir landen davon, eigentlich. Oh mein Gott! Haha, ich habe noch fast gar nichts zu tun. Ah, jetzt. Auf dem Dach. Das ist ein blöder Ding. Ich gehe los. Marco, er ist auf dem Dach. Achtung! Pass auf! Kannst du den Log innen zu sehen, oder was? Nein, ich glaube nicht. Oh, nein! Überall drinnen! Überall drinnen! Ich bin schon ein. Nooo! Genau, ich wollte es genau... Oh Mann! Edle! Schau dir! Ja... ... ... ... ... ... Das ist mein zweites Malo, ich schieße, ich schieße, ich schieße. Ey, es ist langsamer ausgekicken. Vielleicht sollten wir morgen den Partyhouse machen, vielleicht geht es dir besser. Wie war das nochmal mit den 27 Kills, Dario? Ja, du bist am Schluss gestorben, weiss auch nicht. Aha, nein, gleich. Ich fahre auf dem besten Weg, ja. Ich glaube, zwei geht es. Drei. Oh Gott. Übt so lange ihr könnt. In Kürze geht es aufs Schlachtfeld. Jetzt ist Schluss mit lustig. Bereithalten für Einsatz im Kriegsgebiet. Oh Gott, da sehe ich jetzt die Kürze. Ja, schöne Zone. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich versuche hier rein zu gehen. Mit den Balkanposten. Jo. Ah, steht der... Kollege, wo hat er jetzt sein? Willkommen nachher, Mann. Das sind die besten 25, fast an der Spitze. So, up. Ja. Das ist schön. Das ist nicht schlecht. Ich gehöre wahre Steps bei mir, wenn... Ich bin bei mir auch, ey. Oh mein Gott. Oh, von hinten, von hinten. Oh. Dein Team darf nicht umsetzen. Sein Pring ist zu Ende. Oh, ich bin alleine, oder? Oh. Okay, nimm da. Das stimmt, mit ihm in der Tanzkampf. Oh, das ist schon wieder. Hehehe. Also, du bist erschrocken. Oh, du bist erschrocken. Oh, das sind super Steps. Die sind nicht weg. Hast du die Plattee genommen? Ja. Feindliches Team, verfolg deine Position. Merci. Feindliche Drohne ist aktiv. Sie sind nicht aufhör. Feinde landen im Einsatzgebiet. Oh, einer kommt hier rein. Das ist einfach absolut zufrieden. Feindliche Drohne ist aktiv. Marco, ich bin in der Moonbox. Welch, ein 100 pro 1. Ah nein, ein MP7. Oh, der. Ob bei der Zelle, oder ob er aufs Dach hochkommt. Da ist ja einer. Ich habe ja aber einen. Also. Der ist ja laut Autohafen, aber... Ja. Der Schuss kommt mit mir da, Mann. Die können die Dings kaufen, Jungs. Lodi. Lodi, ja. Alles gesichert. Alle in der Sicherheitszone. Mokasch. Vorrandpiste lokalisiert. Position sicher. Wir sollen sie alles schießen. Gibt ja die Decke. Das ist irgendwo da. Verhältst eine Ausrüstungslieferung. Ungesplatt, der Rufs. Extremhandel. Ich habe dort eine Flusspiste. Oh, eine hat zugesettet. Eine hat zugesettet. Wo? Ich hab hier ein Forscher. Nein, nein. Aha! Es war ein Forscher. Er hat zwei Meter! Ich bin da stehen, auf dem Dach. Einen habe ich. Die anderen sind Büsse. Keine Dosen. Nein. Ich habe gerade versucht. Wieso bin ich immer gerade tot? Das scheiss mich so an. Ja genau, Alter. Müsst du dich noch an ein Scheiss-Team nehmen? Der hat ja der Kleider. Ich glaube, das ist spannend. Das ist schlimm. Ich bin nicht von einem in der Lobby. Da. Ach ja. Kapitel, ich bin bei mir. Wie lange ist die da? Ja. EZ-Y. EZ-Y! ACH! Come on! Oh man, mit den Back 10 habe ich nicht mehr eine Chance. Ich habe mich im Vigil. Weniger als 10 Feinde sind übrig. Oh man. Das ist der Leine. Das ist der Leine. Ach, das ist der Leine. Da ist der Leine. Schnell bis zum Zacht checken. Wie gesagt, gut du es. Gas breitet sich aus. Feindliche Drohne ist aktiv. No kills. Oh mein Gott. Wir haben einen Streit gelauert mit dem zusammen. Da kommt der Treppe runter. Bro. Ich habe noch keinen. Hast du eine riesige Bedeckung? Föcheln. Dein Scheiss! Du hast dich, Mann. Wo warst du? Im Dach. Flüss im Dach. Kommt rein! Nein, bei Tunnel eingegangen. Ah, fuck. Der lässt sich selber am Boden. Digga, was für eine Scheiss. Ah, fuck. Das tut mir sowieso tot. What? Das war schnell. Hey, nochmal. So. Ah, kack. Ich kenne mir das Menü. Was soll das? Was soll das? Oh, um. Hopp. gott abtadisch autos bin wieder da Oh, Leute, da. Oh, wir haben Ragequit. Schau, wer Party sucht. Schon gut. Vielleicht kriegt es mich dann nicht mehr aus. Noch eine Schlimmere. Gehört jetzt jemand von euch nicht? Hallo? Sind alle da? Hm. Oh! Das war ein Mute. Was? Ich denke, ich höre niemand mehr. Da spricht auch absolut niemand. Ja, sowieso. Nicht geschlagen. Den Runde. Demotiviert. Wow, mäßig, hallo! Ich bin großartig. Was ist denn... ... das ist ein nötiger, das ist ein nötiger. Das ist mir nicht mehr. Oh! Das war's. jetzt ist schluss mit lustig bereit halten für einsatz im kriegsgebiet wie können wir die kümmern? ich bin gut ich habe so viel Geld getan so viel Zeit ist genau schaff hier einen ansteckspunkt für dein Team du fluchst sie an Gas nähert sich deiner Position ab in die Sicherheitszone ziele aktiv schalte dich auf Lade! Lade! Dario! Oh Gott! Roll! Aufklärungsmission angefordert! Bio ist ja nicht! Mehr Kohle für uns! Wir haben eine Muni-Box gewonnen. Ich kann noch den Auftrag an, oder? Nice! Der Auftrag ist erledigt! Das war wirklich gut! Rück zum Zielgebiet vor! Du hast nicht den ganzen Tag Zeit! Hat wirklich niemand da! Nicht mal Chemikal, Mann! Jetzt mal meine! Es ist rechts nur gratis. Entschuldigung. Es ist nur einmal, es ist einfach keine Mut dran. Einfach keine Auswahl. Ich habe eine Drohne! Nein! Ich habe eine Drohne! Nein! Ah ja, ich kann eine Drohne holen! Hier vorne holen sie Lodi! Auf diesem grossen Platz! Ich bin unterwegs! Ignoriert das letzte! Dann ist das Plissendach! Einer genug! Einer angehittet! Shield Break! Verbündeter Präzisionsluftschlag kommt! Achtung! Da landet einer! Da landet einer! Ah ja! Du bist von diesem Team! Da landet noch mal einer! Ist dann mal einer runterkommen! Oh vor mich! Oh! Oh! Hat ein Shield Break! Oh, das ist so warm! Da vorne ist noch einer! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Oh! Oh, eine! Da ist noch einer! Mann! Drohnen Treibstoff aufgebraucht! Rückkehr zum Auftanken! Oh! Was ist denn los? Da landet noch mal einer! Da landet noch mal einer! Sichtkontakt zum Fight! Da kommt noch mal einer bei mir oben! Vom Ecken! Gut, T-Mail! Bei mir landet direkt noch mal einer! Oh! Ich bin One-Shot! Einer verfolgt mich! Kommen! 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 Von mir hinten! Von mir hinten! Von mir hinten! Hier sind zwei! Hier sind zwei! Einer rechts ist einer! Hier! Von wo? Ich glaube, du! Ah! Er war unten! Ah! Hier, ich habe ihn! Das ist fast geschaut! Oha! Die schießen mich schwarz, Mann! Ich habe nur gesagt, Ah! Das war der Wege! 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 Und hier kommt! Achtung! Eine Knochen kommt auf! Ab 129 sind geist! Schoene Stafel еers! Was geht hier ab, Mann? Das ist euer gemetzel, Mann! Die sind alle noch da oben! Oh, Fuck! Habe ich mitgehalten vom Fenster oben. Schnell praten. Ich gehe da ein wenig weg. Mal in andere Positionen. Unglaublich, wirklich. Vom Dach her, oder was? Nein, bei der Cafeteria. Geh dein Fenster bei der Cafeteria dort. Schau jetzt da raus. Ja, rechts Marco. Du hast aber rechts im Fenster. Oben, rechts, unten. Dort, ich brauche. Ja, dort auch noch ein. Mal aufs Dach rauf. In der Zip-Lang. Ah, gut. Sind wir hier Marco am Slide-Cancelen? Das, was man sagt, Alter. Die Wühle-Optik. Ich täusche einen Jungs. Die haben markiert. Geiss, sind wir schon da? Ja, nein, hast du schon gesehen. Was? Wir! Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Und eine. Der Clusterschlag passt auf eure Köpfe auf. Das ist ein Lade. Hier ist safe. Wo? Oh mein Gott. Im Turmschein beim Snipe. Verbrecher Clusterschlag! Passt auf eure Grenzen auf! Wir sind schon gerade einer gelandet da. Yo! Oh! Scheiss, Klasse, Mann! Ich hab keinen Bock mehr, Mann! Oh, Dario! Oh mein Gott! Wer hat es denn geholt? Die sind schon dort vorne, Mann! Marco, kannst du auf mir landen? Leg einfach gleich ab! Was? Ich weiss nicht, also die, die hier noch glatt waren, aber irgendjemand hat die geholt. Stabil. Ja genau, hier, Mann! Wo ist es denn herkommen? Hey! Wer war das denn? Wer war das denn? Ich kann ihn nicht zornen! 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 Das ist ein Teil einer Panzerung! Ich kann ihn nicht zornen!!! Ich kann ihn nicht zornen! Das ist ein bisschen murliöskön! Ich kann ihn nicht zornen! Bei uns landen. Da soll ich nicht glauben, wie wir jedes meine in dem wir sind. Wo ist es denn? Das Gas nährt sich dir! Das ist Splittergranate! Mach doch bitte sagen wir, du hast das gesehen. Das ist ja nichts, Mann. Nein, der Plattenfisch ist schlug, Mann. Das ist ein Sniper von der ganzen Zähne dort. Das habe ich auch mal gar keinen Bock. Knapp, rück zum Tiergebiet vor! So einer auf dem Dach. Welten Dach? Ah, auf dem Dach. Richtig. Von Chemikal auf dem Dach. Ist da noch einer vor sich auf dem Sniper. Biss den Schei... ähm... Ah, ja, nicht gut. Nichts helfen. Keine. Geht ruhig einer. Ziel gesichtet! Mein Gott, wenn ich den verringen darf. Aussen, Deacon. Ich habe Munition. Ich habe Munition. Ich habe nur Munition. Kann mir noch mal jedes Geld troppen? Vielleicht kann ich ihn fischten. Mein Gott, der Blan hat nicht troppen. Der SPC. Oh, ich bin gesagt worden. Weisst du von wo? Ja, ja, die orange Markierung irgendwo. Hä? Schöne! 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 15 Meter! Bei uns ist einer! Wie geht's? Ich kann ihn nicht wieder mitverkommen, der andere! Gott sei Dank! Schöne! 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 Wir kommen jetzt um zu landen! Und zu landen! Oh mein Gott! Oh, Jungs! Bei uns! Auf dem Dach! Was ist auf dem Dach? Arscher! Ich meinte, die sind alle nur da. Nein, ich bin schnell runtergekommen und in die Unikiste gehen. Ein Unibox da unten. Einmal genug? Geil, du kannst es noch holen. Ja, blämisch. Oh, Brätzi. Achtung, nicht aufs Dach. Nicht ausgehen. Sicherheitszone verlegt. Wo sind sie? Wo sind sie? Ja, da habe ich einen gefangen. Die müssen kommen, die müssen kommen. Geht ins Haus. Dort ist einer. Die müssen alle kommen. Wann geht das jetzt nicht? Kannst du in einem Säcklen? Was? Einer steigt noch über den Säcklen. Oh, da war das Fernstück oben. Achtung, 30 Meter vor uns. Ich habe ihn. GG! Leip. Ja.